Moin Moin und herzlich willkommen zur 63. Folge Brettspiel News Team. Ich war noch niemals Johannes, ich bin nicht Johannes und ich werde auch niemals Johannes sein. Trotzdem sitzen wir in kleiner gemütlicher Runde zusammen und reden über Spiele. Ihr kennt das Prozedere, viel Spaß dabei. So, heute wieder in überraschend kleiner Runde. Johannes hat sich, glaube ich, in seinen wohlverdienten Urlaub verabschiedet. Hoffen wir mal, dass er viel spielt. Lavinia hat sich auch kurzfristig abgemeldet, also sind noch Dennis, Vera und ich da. Moin Moin. Hallo. Hi. Wir schaffen das auch zu dritt heute, ne? Natürlich. Ich bin zuversichtlich. Und wie immer haben wir, oder wie fast immer, haben wir natürlich auch kein Thema, sondern wir reden einfach mal wieder über Spiele, ne? Jo. Wenn uns gar nichts einfällt, dann spielen wir. Genau. Ja, das können wir zumindest. Ja, super. Ich fange einfach mal an. Und zwar mit einem Spiel, was mich überrascht hat. Also ich kannte es vorher auch nicht, aber es ist ziemlich cool und gehört jetzt, nachdem wir es gespielt haben, zu einem meiner liebsten Zwei-Personen-Kartenspiele. Und zwar ist das District Noir von, oh Gott, Nobutake Dogen und Nao Shimamura. Man sei, also man sehe es mir nach, ist, glaube ich, ursprünglich mal 2016 erschienen, aber jetzt erst 2023 bei Game Factory auf Deutsch. Ja, das ist ein Zwei-Personen-Kartenspiel. Und im Endeffekt ist das so eine Mischung, auch so Set-Collection und so ein bisschen antizipieren, was hat der andere für Karten etc. Also wir haben ein Kartendeck, das mischen wir, dann nehmen wir drei Karten raus, die sind dann einfach nicht im Spiel. Und dann gibt es verschiedene Karten von den Werten 5 bis 8, die gibt es alle mehrmals, also ich glaube es war 5 bis 8. Und dann gibt es noch so Modifikatoren, plus 1, plus 2, plus 3 und das gleiche noch in Minus. Und dann gibt es drei Gebäudekarten in dem ganzen Set, also es kann auch sein, dass die am Anfang aussortiert wurden, die man quasi auch sammeln kann, die geben einem aber keine Punkte. Wenn man es aber schafft, während des Spiels alle drei Gebäude zu kriegen, hat man quasi instant gewonnen, ansonsten geht das Spiel über vier Runden. Was machen wir da? Wir haben eben, jeder kriegt fünf Handkarten auf die Hand, zwei Karten werden von diesem Stapel in die Mitte gelegt und dann spielen wir unsere Karten nacheinander aus. So, irgendwann in diesen sechs Zügen, die man quasi hat, weil jede Karte muss ausgespielt werden und irgendwann muss man Karten aus der Auslage nehmen, entscheidet man sich eben Karten aus der Auslage zu nehmen und das sind dann die fünf zuletzt gespielten Karten, nimmt man sich. Und legt die dann bei sich ab. Man möchte natürlich entweder, ja, sein Set, also möglichst auf Sets gehen oder die Mehrheit in einem, also bei einer Zahl haben. Und so ist das so ein bisschen so ein Taktieren. Okay, ich kriege hier vielleicht jetzt ein paar gute Karten, aber da liegt auch eine Minus drei wäre jetzt auch noch mit dabei, die ich nehmen muss. Die geben mir am Ende halt Minuspunkte oder Pluspunkte, je nachdem. Okay. Und so spielen wir das Ganze halt über im Normalfall vier Runden, außer jemand schafft es sich durch dieses Kartennehmen alle drei Gebäudekarten zu schnappen. Und am Ende der vier Runden guckt man halt, wer hat die meisten Fünfen, derjenige kriegt fünf Punkte. Dann guckt man, wer hat die meisten Sechs, also die meisten Sechser, der kriegt sechs Punkte, sieben, sieben, acht, acht, plus halt eben die Plus-Modifikatoren minus die Minuspunkte, die man im Zweifel gesammelt hat. Und dann gibt es halt eine Endwertung, beziehungsweise es gibt noch pro vollständiges Set, also fünf, sechs, sieben, acht, kriegst du auch nochmal fünf Punkte. Und am Ende gewinnt halt die Person, die am meisten Punkte hat. Und was ich so gut fand, ist, das Spiel, ich glaube, die Anleitungen sind, also es ist auch so eine kleine Spielschachtel, wie man sie meistens von diesen Zwei-Personen-Kartenspiel-Dingern kennt. Und ich glaube, die Anleitungen, das sind, glaube ich, drei Seiten mit Bildern und Beispielen. Und also das hat halt nicht viele Regeln, das ist super schnell gelernt und dann auch super gespielt. Mir gefällt die Optik ziemlich gut von dem Spiel. Und es ist halt so ein Ding, wie taktierst du halt, ne? Also nimmst du die jetzt, weil da gerade fünf gute Karten sind, aber du weißt vielleicht, dass du ja danach noch deine Handkarten, also die du hast, im Zweifel noch ausspielen musst, nützen die deinem Gegenüber vielleicht irgendwas? Oder hat der auch noch Karten auf der Hand, die er dann richtig gut spielen kann, die für ihn halt super sind? Und er weiß dann, okay, du hast schon Karten genommen, du kannst sie ihm in dem Sinne ja gar nicht mehr wegnehmen. Genau, und am Ende jeder Runde bleiben halt die Karten, die noch da liegen. Das können zwei sein, das kann eine sein, das können aber auch vier sein, je nachdem, oder mehr, je nachdem, wie viele Karten halt ausgespielt wurden und genommen wurden. Und auf jeden Fall ist das halt so ziemlich spannend, was man da alles so im Kopf irgendwie haben muss und den anderen halt immer auch so ein bisschen beobachten. Und bei uns war es zumindest so, dass eigentlich direkt am Ende, nicht direkt so absehbar, ah ja, es lief jetzt bei der einen Person die ganze Zeit besser oder schlechter, sondern es hat sich eigentlich erst wirklich am Ende so rauskristallisiert, wer jetzt eigentlich gewinnt. Und wir sind ja sehr konfrontativ, wenn wir auch gerade zwei Personenspiele spielen, die konfrontativ eben auch sind. Und bei uns hat das so einen gleichen Suchtfaktor gehabt. Also gerade, wenn es dann irgendwie knapp war, ah nee, lass noch eine Runde spielen, weil es halt super schnell ist. Und wir haben, ich glaube meistens, ich glaube, wir haben auch zwei, drei Runden schon mal hintereinander gespielt. Also es ist echt entspannt und halt einfach super schnell gelernt und gut mitzunehmen, braucht auch nicht so viel Platz. Ich kenne es jetzt noch nicht. Schön ist genau das richtige Stichwort. Du hast gesagt, dir gefällt die Gestaltung. Hat Distrikt Noir ein bestimmtes Thema oder ist das mehr so abstrakt? Weil das, was du jetzt beschrieben hast, klang ziemlich abstrakt. Also es hat so ein bisschen halt wie so aus diesen, also die Spielschachtel hat so ein bisschen dieses alte Noir-Film-Artwork, sage ich mal. Ähm, daher, die Karten sind auch so ein bisschen so gehalten. Ähm, im Endeffekt kannst du es wahrscheinlich auch mit einem Kartenspiel, äh, spielen. Aber, ähm, genau, die Karten sehen halt dann auch nochmal ein bisschen einfach besonderer aus. Ähm, ich weiß, die haben ja auch verschiedene Sachen. Ich glaube, der, die Sechser-Karte ist dann ein Boxer, ähm, die Minuskarten sind, glaube ich, Sträflinge. Aber alles sehr in diesem Noir-Film-Stil eben gehalten. Aber relativ aufgesetzt, so das Thema. Ja, du kannst das jetzt, kannst auch Tiere sammeln. Ich glaube, das Spiel, wenn ich das in richtigen Erinnerungen habe, das hat auch, glaube ich, ein paar Mal das Thema grundsätzlich gewechselt. Ähm, ich glaube, ich habe das bei BGG gelesen, dass es wirklich in der Original-Edition, die es mal gab, hat man irgendwie den Heiligen Gral irgendwie gesucht. Ähm, also diese Gebäude, die man quasi jetzt sammeln kann, um direkt zu gewinnen, war da, glaube ich, irgendwie der Heilige Gral. Ähm, es gibt dann hier auch noch irgendwie eine andere Version, wo hier steht, dass die Spieler über Schokolade quasi gekämpft haben. Das ist ja süß. Also jetzt ist es halt so dieses Gangster-Setting einfach. Also es scheint auch über die Zeit immer mal wieder das Thema gewechselt zu haben. Okay. Und warum gefällt dir das besser als so andere Zweier-Duell-Spiele? Weil da gibt es ja schon mehrere am Markt und auch so Kartenspiele. Weil ich, also ich fand auch gerade, als du es erzählt hast, das Thema kam jetzt nicht für mich rüber. Weil das, also du nimmst ja diese Schachtel in die Hand, denkst du, geil, District Noir. Und im Endeffekt hast du gerade gesagt, es ist im Grunde so ein Kartensammeln. Ey, was halt, was halt, also ich weiß nicht, ob es besser oder schlechter ist, als andere Fraktionen. Zurzeit spielen wir es halt einfach super gerne. Okay. Also es trifft bei uns halt einfach so einen Sweet-Spot. Ich meine, bei uns kommt zum Beispiel auch immer wieder Jaipur. Gut, das ist jetzt gestalterisch nochmal einfach ein bisschen thematischer auch. Aber es ist ja auch ein Spiel, was in dem Sinne recht simpel ist und einfach ein Set sammeln. Das kommt auch immer wieder regelmäßig auf den Tisch. Und ich glaube auch, der Hype kann gut sein, dass er bei uns dann irgendwann auch mal abnimmt und das Spiel dann auch mal ein paar Monate wieder im Schrank verschwindet. Aber ich glaube, das ist gerade so das Potenzial, immer wieder auf den Tisch zu kommen. Mhm. Cool. Und gerade wenn es ein kleineres Spiel ist, dann ist es ja auch nicht schlimm, wenn es im Schrank liegt. Das frisst ja nicht viel Brot. Genau. Irgendwann wird auch der Schrank so eng, aber ja. Ja, aber kleine Spiele lassen sich leichter unterbringen. Mein Tipp sind übrigens CD-Regals eignen sich hervorragend zum Unterbringen auch kleinerer Spiele. Ach, wir sind einfach ein Full-Service-Podcast hier. Ja, natürlich. Ich habe ein Spiel gespielt. Ich hatte es schon einmal gespielt und wird im Moment relativ viel drüber geredet. Ich vermute mal, in der Woche hat sich das auch wieder erledigt. Aber ich glaube, das wird auch das letzte Mal gewesen sein, als ich das Spiel gespielt habe. Und zwar Challengers. Jetzt kommen nämlich nur noch Challengers, der nächste Teil. Nee, auch der Beach Cup wird mich, glaube ich, nicht reizen. Ich mag das Turnierfeeling. Mir ist der Deckbau bei Challengers einfach zu simpel. Bei Challengers baut man sich sein Deck sozusagen zusammen. Man startet mit einem Vorkonstruierten, spielt gegen jemandem. Und am Anfang ist es halt wirklich Zufall, ob man gewinnt oder nicht. Weil man hat keine Entscheidung. Man deckt einfach auf und je nachdem, ob man Glück hat oder nicht, ist man zuerst raus oder der Gegner. Dann hat man die erste Entscheidung. Man kann sein Deck verändern. Man kann Karten hinzufügen. Man kann Karten rausnehmen. Und das Ganze macht man halt im Turniermodus achtmal. Mir ist es einfach zu simpel, der Deckbau. Ich habe mehr oder weniger die ganze Zeit daneben gesessen und zugeguckt, was die anderen gemacht haben. Weil für mich war keine Entscheidung da. Ich hatte auch jedes Mal Karten. Das war keine Entscheidung. Da war eine Karte ganz klar besser als andere. Und die kommt dann halt ins Deck. Die Entscheidung, die man halt hat, ist, nehme ich Karten raus? Das finde ich tatsächlich noch die interessantere, wo man tatsächlich vielleicht nochmal nachdenken muss, nachrechnen muss vielleicht ein bisschen. Das ist vielleicht noch der eine etwas anspruchsvollere Teil, aber das reicht halt hinten und vorne nicht. Okay, das Turnierfeeling, was das Spiel erzeugt. Das ist halt so das Besondere. Und das, okay, erkenne ich an, das macht es besonders. Aber reicht für mich jetzt nicht mehr, um zu sagen, oh ja, geil, würde ich nochmal mitspielen. Ich glaube, meine Challengers-Tage, so kurz sie auch waren, sind jetzt auch schon vorbei. Also ich habe da gleich mal drei Thesen zu. Meine erste These ist, du behauptest das jetzt einfach nur, weil das Spiel jetzt gerade frisch den Kennerspiel des Jahres Titel gewonnen hat und dir das jetzt irgendwie zu mainstreamig ist, weil du sagst, das geht nicht mehr. Zweite These. Ich glaube, Challengers wird so ein Titel sein, der für mich eher noch ein paar Jahre immer wieder in so großen Runden auf den Tisch kommen wird. Also ich glaube, das wird kein Spiel sein, das ich jeden Monat rausholen werde. Also ich habe es auch gar nicht. Aber es wird so ein Titel sein, der, wenn man sich auf einer Con trifft oder wenn man mal wirklich acht Leute zusammen hat oder so, dann wird der, glaube ich, immer wieder Bestand haben, weil es dann einfach richtig Laune macht und in der richtigen Stimmung das perfekte Spiel ist. Also keine Ahnung, du kommst abends wirklich zusammen, hast auch nicht den Ehrgeiz, jetzt irgendwas zu spielen, wo dein Kopf vielleicht danach raucht, sondern wo du einfach eine gute Zeit mit Freunden oder netten Menschen verbringen möchtest. Ich glaube, dann wird das Spiel noch Jahre Bestand haben, hoffe ich. Vor allem jetzt auch mit der neuen Standalone-Version sowieso. Und die dritte These dazu, das wurde auch auf der Spiel des Jahres Bekanntgabe oder Preiswahlung ja sogar von den Autoren nochmal bestätigt, wenn man es öfter spielt und gut ist, gewinnt man auch öfter. Also sie sagten selber, dass ihre Quote nicht so schlecht ist. Also das ist, glaube ich, auch ein Titel, wo man tatsächlich besser drin werden kann, wenn man erfahrener wird. Das Problem ist, dass ich beide großen Turniere, die ich jetzt gespielt habe, auch gewonnen habe und das ohne große Anstrengung. Okay, du hast alles erreicht, was du erreichen wolltest, perfekt. Das mag vielleicht auch dazukommen, aber These 1, nein, es reicht wirklich. Worauf ich mich freue, ist, wenn dieses Turnierformat sich auf andere Spiele überträgt. Ich zum Beispiel finde, Champions klingt sehr interessant. Das ist ja so eine Partyspiel-Variante von Challengers. Klingt so ein bisschen wie eine Mischung aus Superfight und Challengers. Ja, wobei es mich da schon wieder nervt ist, warum man da schon wieder ein Partyspiel draus machen muss, aber anderes Thema. Ich finde die Idee ganz reizvoll, jedenfalls reizvoller als Challengers. Mir fehlt einfach das Spiel daran und das Spiel, was da ist, ist mir dann nicht unterhaltsam genug. Also es ist, keine Ahnung, für mich ist es kein wirkliches Partyspiel, es ist aber auch kein wirkliches Familienspiel. Es ist irgendwas dazwischen, aber beides nicht richtig und kitzelt bei mir entsprechend keinen großen Nerv. Mit acht Personen könnte man auch zum Beispiel Käpt'n Sona spielen. Klar, das nimmt sich aber ja nicht die Buddha von Broke. Das kannst du ja beides nebeneinander haben. Das wird laut. Nein, ich meine damit, die Spiele nehmen für mich nicht den gleichen Platz ein. Also ich finde, das eine verdrängt nicht das andere, sondern man kann beide gut haben oder spielen für acht Runden. Ich bin ja bekennender Challengers-Fan. Also wir haben das ja dann auch auf der Spiel letztes Jahr gekauft, haben es glaube ich am selben Abend dann ja auch noch gespielt. Als wir das Brettspiel-News-Treffen hatten, auch wieder gespielt. Also klar, ich glaube, das Spiel ist so ein Ding, also entweder gefällt dir das und du findest es gut oder du findest es halt direkt schlecht. Also ich glaube so, okay, finden das glaube ich die wenigsten. Also ich glaube, es ist immer so entweder oder, was ja auch okay ist. Der Deckbau, ja, also es wird auf jeden Fall, ich sag mal, einfacher, wenn du die Karten kennst. Also wenn du weißt, was für Karten gibt es da überhaupt, welche kommen gut zusammen. Welche Karten kommen vielleicht erst im C-Stapel und ich muss da gerade gar nicht drauf achten. Also ich arbeite quasi schon hin, weil ich mir denke, ich will da so eine Karte aus dem C-Stapel haben, auch wenn das ein bisschen unwahrscheinlich ist. Aber dann weißt du so, was kann ungefähr kommen, welche Effekte gibt es und wie kann ich vielleicht auch mir Synergien aufbauen mit den Karten. Also das weißt du ja irgendwann, was da geht. Wir haben es jetzt tatsächlich das erste Mal auch zu zweit gespielt, wo ich ein bisschen skeptisch war, wie soll, also hey, ich kann auch kein Spiel für acht Leute sozusagen zu zweit spielen. Fühlt sich voll falsch an, ne? Ja, aber gar nicht so krass. Also tatsächlich, ich war überrascht, weil der Deckbau ein bisschen interessanter wird. Weil ich sag mal, wenn du mit acht Leuten spielst, dann triffst du mal jeden einmal und entweder klappt es halt, klappt nicht. Okay, alles klar, vielleicht klappt es ja beim nächsten. Wenn du aber halt zu zweit merkst, okay, mein Deck, was ich hier gerade bauen will, das funktioniert so null gegen halt die andere Person. Kannst du da gegensteuern, also im besten Fall mit den Karten, die du gezogen hast. Was halt die andere Person auch wiederum dazu zwingt, ihr Deck vielleicht ein bisschen anzupassen, weil auf einmal hast du das stärkere Deck. Ähm, ich glaube, ich favorisiere zwar immer noch, mit mehreren das Spiel zu spielen, aber es hatte auch einen echt interessanten Charakter zu zweit. Bisschen Mindgames noch dazu. Ja. Hm. Ja, ich glaube aber auch, diese Genugtuung, nochmal gegen die gleiche Person zu spielen und dann vielleicht zu gewinnen, das ist natürlich auch geil, weil das will man ja bei den anderen Challengers, fehlt das ja voll, da muss man wirklich ein neues Turnier starten, das stimmt. Hm. Man denkt, komm, jetzt habe ich was Geiles, komm, nochmal. Und dann ist es ja nicht das gleiche Deck, was dich eigentlich schon geschlagen hat. Dann ist es das Gefühl, als wäre es eine neue Person. Von daher, äh, das fehlt tatsächlich komplett eigentlich. Ja, spannend. Okay, geht also auch gut zu zweit, cool. Soll ich weitermachen? Was hast du denn gespielt? Ja, mach mal. Ja, pass auf, mein Spiel geht auch zu zweit. Wie gut, weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe es nur zu zweit und zu dritt gespielt. Es geht aber im Endeffekt, glaube ich, zu bis zu fünf MitspielerInnen. Ich schaue schnell nach. Das ist richtig, was ich hier sage. Ich konnte gerade Schnitzeljagd spielen. Das ist so ein kleiner, neuer Titel von der Edition Spielwiese. Eine krasse Grafik. Ich glaube, krass ist das richtige Wort. Das sind neonfarbene Tiere, die auf den ersten Blick einfach nur falsch aussehen. Und dann fängt man irgendwie an, sich daran zu verlieben, weil es einfach so toll falsch ist, dass es irgendwie geil ist. Guckt es euch mal an. Also es strahlt in allen bunten Farben. Du hast irgendwie so einen orange-gelben Bären und einen blau-gelben Tiger oder was auch immer das ist. Ich glaube, es war ein Luchs. Also das ist eine mutige Grafik, muss ich sagen. Und ich finde, es hat sich gelohnt. Der Ersteindruck ist, es ist auf jeden Fall ein absoluter Hingucker. Und dann ist man schockiert. Und ich glaube, entweder liebt man es. Das ist wahrscheinlich wieder was, wo es keine Grautöne gibt. Also entweder liebt man es oder man findet es wahnsinnig seltsam. Das Spiel ist auch super simpel. Das ist, glaube ich, ab acht Jahren. Wir haben jeder, also wie gesagt, bis zu fünf Spieler in. Jeder kriegt ein Set aus fünf Tieren. Diesen Bär, dem Luchs, dem Wolf, einer Eule und einer Maus, glaube ich. Und der Bär hat einen Wert von eins. Und das geht dann runter bis zu fünf. Die Maus hat also die fünf. Wir legen alle verdeckten Karten hin. Soweit, so simpel. Dann wird abgezählt, beginnend bei der Eins beim Bären. Wenn jemand den Bär hat, deckt er den auf. Und wenn er der Einzige ist, dann frisst er ein anderes Tier. Er muss aber einfach eine Zahl sagen. Also er könnte sagen, ich fresse vier die Eule. Wenn er ein anderer Spieler die Eule hat, muss sie aufgedeckt werden und wurde gefressen. Der andere Spieler bekommt Punkte und der, mit der gefressen wurde, ist raus. So. Und entweder geht es dann weiter oder alle Spieler sind raus. Man sammelt also einfach Punkte über so ein bisschen so ein, ich überlege, wer gewinnen könnte. Wenn aber dreimal gefressen wurde oder dreimal ein Tier aufgedeckt wurde und noch alle Spieler oder mehr als ein Spieler in drin sind, zählt man einfach die Summe der Werte der Tiere zusammen. Also fünf, vier, drei, zwei, eins. Und dann guckt man einfach, wer den höchsten Wert hat. Der würde dann nochmal Punkte kriegen. Ein super einfaches Ding mit, ich glaube, du willst das und ich glaube, du willst das. Also der typische Mind-Game-Trick, der aber auch wieder abends oder wahrscheinlich auch tagsüber, aber nach einem schweren Spieleabend, nach vielleicht einer Messe oder ähnlichen, einfach super unterhaltsam ist. Und man auch denkt, wieso treffe ich hier eigentlich nichts mehr? Was ist hier los? Das ist wie verhext. Also es ist genau das Spiel für so eine, ja, was so diese Geschichten im Meta-Game erzählt. Das sieht auf jeden Fall witzig aus. Also ich finde auch den englischen Titel, Pray Another Day, also Pray mit Beute, ich finde das irgendwie witzig. Es hat einen interessanten Humor da schon. Wobei ich sehe auch Schnitzeljagd ist ja auch auseinandergeschrieben, ne? Dann machst du halt Jagd auf das nächste Schnitzel. Ich glaube ja, das haben sie sich so gedacht. Den Titel Schnitzeljagd gab es häufiger. Ich bin zuerst bei der Version von 1998 gelandet und da gibt es keine Bären. Weder in Neon noch in Normal. Genau, die Autoren übrigens sind Matthew Dunst und Brad J. Gilbert, auch nicht so ganz unbekannte. Und danach hinter steckt halt wirklich ein super simples Spiel, was lustig ist, dass sie sowas machen. Oder lustig ist vielleicht wieder ein schwachsinniges Wort. Es ist einfach schön, dass die auch so eine Titel machen. Es klingt auf jeden Fall so nach so einem Absackerspiel, ne? Oder so eine Mitbringsel. Genau, also das ist perfekt dafür. Und wie gesagt, ab acht Jahre, im Grunde glaube ich, sollte es von Regeln einfach genug sein, weil ich wähle ein Tier, das wird gefressen. Also ich muss zugeben, wir hatten abends um 24 Uhr ganz kurz ein paar Verständnisprobleme in der Regel. Allerdings könnte es auch an dem Erklärbären, der die Regel gelesen hat, gelegen haben. Wir haben es dann hingekriegt. Hast du etwa die Regeln gelesen? Nee, ich war es diesmal tatsächlich nicht. Ich war aufmerksamer Zuhörer. Ach so, ja, ich kenne das, wie du aufmerksam zuhörst, ja. Richtig, diesmal habe ich es aber hingekriegt. Es war kein, egal, lassen wir das. Genau, es ist ein simples Spiel. Ich finde die Entscheidung zu dieser Grafik total gut. Ich finde das irgendwie mutig, das sticht da total heraus und das ist geil. Also auch, weißt du, es gibt ja diese kleinen Spiele, wie du gerade schon meintest. Die spielt man dann, da hat man da eine Weile Bock drauf, dann kommt es ins Regal und dann verschwindet es oft auch innerhalb dieser CD-Regale oder Ähnlichem. Und das ist so ein Titel, ich glaube, wenn du deinen Blick daran vorbeistreifen lässt an deinem Regal, dann ist es um Eier, das ist gut. Das nehmen wir wieder raus. Diese kleine, gelbe, leuchtende Schachtel, die mich da anstrahlen. Total clever. Leider kein Solo-Modus. Ja, da ist ja alles raus. Ja, es strahlt im wahrsten Sinne. Und man muss natürlich diese Mind-Games-Spiel mögen. Wenn man so ein, keine Ahnung, King of Twelve irgendwie damit was anfangen kann, wo man ja auch die ganze Zeit immer nur, ich glaube, du willst diese Karte, dann wähle ich die und dann spiele ich dich aus. Das ist halt total lustig und es geht aber auch super schnell. Du hast einfach nur fünf Tiere und wenn du eins ausspielst, also natürlich umso tiefer dein Tier ist, also würde ich die vier, die Eule, ausspielen und da hat noch jemand seine Karte verdeckt, dann ist es kein Mind-Game mehr. Dann weiß ich, das ist die Fünf. Dann fresse ich die, also die Eule frisst dann die Maus. Wenn ich allerdings den Bären spiele, die Eins, dann habe ich noch theoretisch vier andere Tiere, die ich fressen könnte. Das ist natürlich, wenn man zu Fünf spielt, steigt die Wahrscheinlichkeit auch wieder, dass ich eins treffe. Wir haben es zu dritt gespielt und es kam schon oft genug vor, dass ich dann natürlich wieder daneben rate und nicht das Tier von euch fresse. Und das macht, also wenn die Runde lustig ist und Spaß drauf hat, dann ist das lustig. Toller Satz, ne? Ich wiederhole den nochmal für alle. Wenn die Runde lustig ist und Spaß darauf hat, dann ist das lustig. Ja, es ist spät. Ja, geht so. Für mich. Genau. Ein Spiel, was ich gar nicht so lustig fand, ist 3000 Talunken. Das ist von, ach, jetzt muss ich wieder gucken, von wem das ist, sonst spreche ich wieder falsch aus. Ich spreche das so falsch aus, aber Corey Konietzka, glaube ich, ist bei Asmodee erschienen. Genau, ist ein Spiel für zwei bis vier Personen ab zwölf Jahren. Und ich sag mal, die Geschichte ist im Endeffekt, wir sind im Wilden Westen. Da kam ein Zeitreisender, der hat so seinen modernen Stuff bei uns liegen lassen, zum Teil, ist wieder abgedöst. Und jetzt kommt in ein paar Tagen die Polizei und möchte diese ganzen Gegenstände einsammeln und quasi als Beweise sichern. Wir haben aber unsere eigenen Motive, sind halt irgendwelche Gangsterbosse im Wilden Westen und wollen das Zeug an uns nehmen, damit wir damit Kohle scheffeln können und damit wir dann die meisten Siegpunkte damit eben erreichen. Das ganze Spiel funktioniert folgendermaßen, wir haben Karten von A und dann bis 0, also es sind so verschiedene Karten. Die sehen aus wie Pokerkarten und davon ziehen wir vier auf die Hand. Und jede Zahl steht auch für eine Aktion, die du machen kannst. Also beispielsweise, ich glaube, bei der 4 kannst du dir 4 Dollar holen, bei einer 5 kannst du ein Save vom Spielplan stehlen und bei dir ablegen. Ich glaube, bei einer 2 ist es so, dass du dir ein Save angucken kannst, legst den wieder hin und kannst so einen Marker dann drauflegen. Und da kannst du halt bluffen, entweder legst du die richtige Zahl hin, das gibt dann später nochmal einen Punkt mehr für denjenigen, die Person, die den Save an sich genommen hat, oder du legst halt irgendeine andere Zahl hin und versuchst, die Leute reinzulegen. Und das Ding ist, die Karten, die du ausspielst, spielst du verdeckt. Das heißt, du musst nicht unbedingt in die 4er-Karte, in die 4er-Aktion rein spielen, sondern kannst halt jede x-beliebige Karte rein spielen. Und die anderen am Tisch können das quasi anzweifeln und können dann ihre, wie hießen die denn? Die haben auch auf jeden Fall Namen, ihre Figuren, legen sie dann auf deine Karte drauf, zweifeln das an. Und am Ende der Runde werden dann die angezweifelten Karten aufgedeckt. Wenn das ein Bluff war, also wenn die Karte nicht gestimmt hat, dann verlierst du Ruhm, die anderen kriegen Ruhm. Und wenn der Bluff falsch war, also wenn die sagen, das ist geblufft, aber es war die richtige Karte, die da steht, dann gehen halt die Handlanger, heißen sie, von den anderen ins Sheriff-Büro, also ins Gefängnis. Und die musst du dann halt freikaufen wieder gegen Geld. Jedes Mal, wenn wir eine Karte ausgespielt haben, führen wir die Aktion durch. Und jede Fähigkeit von den Halunken, die wir angeheuert haben. Die Halunken, sie bestehen aus einer Eigenschaftskarte und einer Jobkarte. Eine von beiden ist durchsichtig. Das heißt, wenn du die zusammenschiebst, ergibt sich da halt immer eine neue Kombination. Sollen insgesamt wohl 3000 Kombinationen sein, deswegen das Spiel 3000 Halunken dann heißt. und die kannst du dann nach deiner Aktion, kannst du dir die quasi kaufen mit Geld, was du halt zur Verfügung hast und kannst die auf dein Tableau legen. Und dann gibt es halt verschiedene, manche werden halt getriggert, wenn du Ruhm sammelst. Oder wenn du Geld kriegst, andere haben die auch wie hier 2, 3, 4 eben als Trigger. Das heißt, wenn du die Zweieraktion machst, wird auch die Zweieraktion auf deinem Halunken getriggert. Und so kannst du dir da halt auch eine Engine aufbauen. In der Auslage liegen immer 3 Halunken. Und wenn du jetzt aber sagst, du willst dir keine davon kaufen, gehst du ins Büro des Sheriffs und kannst da dir halt entweder Informationen verkaufen für 2 Dollar, kannst deine Handlanger wieder befreien, indem du halt die zahlst, also quasi ausbezahlst, wie auch immer, halt immer aus dem Gefängnis rauszuholen. Und das Ganze geht dann über, ich glaube, im Normalspiel 2 Runden, also 2 Tage und im langen Spiel dann über 3 Tage. Wir haben das mal zu zweit gespielt, da war das okay. Also es ist halt ein, war, es haben wir jetzt halt zum Testen da für eine Rezi, da war es okay. Und jetzt haben wir uns halt bei einem Spieleabend gestern, Spieleverein, gedacht, komm, wir bringen das mal mit. Vielleicht findet sich ja dann eine Viererrunde, die da noch Bock drauf hat, damit wir es nicht zu zweit spielen. Und es war elends langweilig. Also es war richtig langweilig, weil du, dadurch, dass nur 3 Halunken ausliegen und wir zu viert aber gespielt haben und nach jeder Runde, entweder hast du ja einen Halunken gekauft oder wenn du dir keinen holst, wird trotzdem eine abgeworfen. Mach es dir halt erstmal, bis du dran warst. Ehrlicherweise scheißegal, welche Karten da auslagen. Es war so glückslastig. Also ich hatte am Ende mit die beste Engine mir eigentlich aufgebaut, hab aber keine Saves bekommen. Also die Saves haben ja unterschiedliche Wertungen und die geben halt dann auch entsprechend viele Punkte. Da waren halt andere dabei, die hatten dann die 7er-Saves, die hab ich aber gar nicht mehr bekommen. Das heißt, ich hab so 2er, 3er-Saves gehabt. Und Geld spielt am Ende nur bei Gleichstand eine Rolle. Und am Ende wird da einfach nur geguckt, wie viele Punkte hast du. Du kannst zwar noch Ruhm sammeln, wo du dann auch nochmal Punkte bekommst, aber das ist halt einfach, das ganze Spiel ist so random, wo du denkst, okay, der eine, der mitgespielt hat, der hat glaube ich 2 oder 3 Halunken von, ich glaube mal, also man kann beliebig viele anheuern, aber man hat glaube ich nur Platz für 6 auf seinem Platz, also auf seinem Spielplan. Und der hat glaube ich 3 gehabt am Ende. Und er hat dann gewonnen, weil er einfach bessere Saves hatte. Also so, der hat quasi einen Teil vom Spiel ja nicht ignoriert, weil er hat schon Halunken geholt, die dazu dann gepasst haben. Aber er, ich war, seine Halunken haben halt eine Fähigkeit gehabt, womit er einen Teil vom Spiel irgendwie quasi ignorieren konnte. Weil es für ihn halt nicht mehr so wichtig war. Und jetzt, also ich finde die Prämisse cool, also auch so mit diesem, das ist auch wirklich schön gestaltet. Also auch diese Pokerkarten, die sind dann so ein bisschen abgenutzt. Alles ist so ein bisschen grau gehalten, also so grau-braun gehalten. Es entstehen teilweise sehr witzige Kombinationen mit diesen Karten, die man dann zusammensteckt. Aber es ist echt ein bisschen langweilig, ehrlicherweise. Würdest du es denn nochmal zu zweit spielen? Ja, halt für den Test schon, aber so an sich auch nicht. Weil, also, das Ding ist auch zu dieser Hauptmechanismus mit dem Blöffen ist eigentlich total witzlos. Also, wenn du jemanden anzweifelst, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist halt, dass dein Handlanger ins Gefängnis kommt und du den am Zweifel wieder freikaufen musst. Wenn du halt richtig liegst, kriegst du Ruhm, was halt auch wieder Siegpunkte am Ende sind. Aber das ist jetzt auch nicht so dramatisch. Also, Thorsten hat, glaube ich, sogar minus ... Ich habe, glaube ich, vier Pluspunkte gesammelt mit dem Ruhm und Thorsten hat ein oder zwei Minuspunkte sogar gekriegt. Und er war am Ende, glaube ich, ein oder zwei Punkte hinter mir. Also, dafür ist es halt so ein bisschen ... Es fühlt sich halt alles auch so ein bisschen belanglos an. Ja, ist schade. Als das Spiel angekündigt wurde, glaube ich, aufgrund des Autoren ja eben auch, hat man da irgendwie richtig hohe Erwartungen reingesteckt und gehofft, dass das irgendwie ein neuer, toller Titel wird. Und ich habe wirklich noch nichts Gutes gehört. Und umso mehr ich davon höre, immer wieder habe ich das Gefühl, als ob das wie so eine Designstudie ist, was können wir machen? Und man dann gemerkt hat, das Spiel kann nichts. Aber jetzt sind wir schon so weit, jetzt müssen wir es veröffentlichen. Vom Setting her klingt das unglaublich nach Zurück in die Zukunft 4. Ja, voll. Ja, es catcht halt auch irgendwie nicht. Also, ich finde, es sind halt so jede Spielmechanik für sich. Klingt interessant. Aber dann das Zusammenspiel ist halt so, ja, okay. Und die Anleitung ist zum Beispiel, als wir das angefangen haben, uns beizubringen, die Anleitung, ich habe die super gern gelesen, weil die dann auch so ein bisschen Flavortext hat. Die war gut geschrieben eigentlich, war optisch ansprechend gestaltet, auch in diesem Western-Theme. Ja. Und dann fand ich es zu zweit okay. Und dann zu viert war so, alles klar. Also, es ging auch allen so am Tisch. Also, der eine hatte es schon mal gespielt. Der war aber auch so, ja, es hat mir beim ersten Mal schon jetzt nicht so doll gefallen. Und die haben es auch noch, also, die haben es halt ein bisschen konfrontativer gespielt, weil die, ich weiß nicht, ob sie es falsch gespielt haben. Ich glaube schon. Aber einfach noch ein bisschen konfrontativer gespielt. Und wir ja jetzt nicht. Und er meinte so, ja, beim ersten Mal war es für ihn halt schon nicht so geil, beim zweiten Mal jetzt auch nicht. Und auch der vierte, den wir noch dabei hatten, der das Spiel noch nicht kannte, der quasi das Spiel auch ausgetrickst hat ein bisschen, der war halt auch so, ja, er hat am Ende gewonnen, aber meinte so, ja, da hat sich mein dritter Platz bei Kubitos am Ende besser angefühlt, als jetzt das Spiel hier zu gewinnen, so nach dem Motto. Und ist halt schade, ne? Also, ich würde es auch gerne mögen. Ich würde gerne positiver über das Spiel sprechen. Aber das ist halt auch so ein Spiel, du hast gespielt, ja, okay. Und dann verschwindet das halt auch irgendwie so in der Belanglosigkeit, finde ich, leider. Also, es hat halt nichts, wo es irgendwie raussticht. Das ist echt schade. Weil der heutige Spielmarkt bietet keinen Platz für nur ansatzweise gute Spiele, geschweige denn mittelmäßige Spiele. Damit ein Spiel heutzutage, ja, Bestand haben kann, muss es wirklich sehr gut bis herausragend sein. Dafür erscheint einfach zu viel. Ja, das Ding ist ja, ich hab halt auch noch, also das Feedback, was ich bis jetzt so bekommen hab, und eigene Meinung, war halt auch nie so, oh, das hat mir jetzt gut gefallen. Also, es waren alle irgendwie am Tisch am Ende froh, dass es dann rum war. Wir haben halt auch noch gedacht, weil zu zweit spielen wir, haben wir immer die lange Variante gespielt, weil, dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen jetzt auch drei Runden. Und, also, ich habe vorgeschlagen, weil ich halt die Gesichter der anderen gesehen hab, hab ich nach der zweiten Runde quasi vorgeschlagen, ey, wenn ihr wollt, können wir jetzt auch einfach sagen, normales Spiel und Ende. Ähm, aber sie wollten dann halt noch das Spiel halt richtig zu Ende spielen. So lang ging's dann ja auch nicht mehr. Ein bisschen Stolz hat man ja da doch noch. Ja, ich würd's gerne lieber mögen, weil ich glaub, da ist auch, zumindest was das Setting angeht, und, ne, die Idee, die Kreativität, da ist halt viel reingeflossen, und auch so die Kombinationen, die du dann mit den Fähigkeiten dir zusammenstellst, quasi bei den Hellunken, da sind schon witzige Sachen dabei. Aber es ist halt leider spielerisch nicht so meins. Ja, sonst kann man sich auch einfach hinsetzen und diese schönen, durchsichtigen Karten, da sich lustige Helden wahrscheinlich bauen, hat damit wahnsinnig viel Spaß. Halunken natürlich für die Helden. Ja, genau. Hat man ja 3000 verschiedene Möglichkeiten, die so zusammen verfügen. Faszinierend. Das ist ein Hobby. Western ist ein schönes Stichwort. Ah, geil, Überleitung. Ja, ich hab nämlich auch ein Western-Spiel gespielt. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich kannte bis jetzt nur die Würfel-Variante und habe jetzt mal die ursprüngliche Variante kennengelernt. Ich spreche natürlich von Bang. Das Würfelspiel mag ich sehr gerne. Und jetzt habe ich das Kartenspiel mal ausprobieren dürfen. Es ist ein Social-Deduction-Spiel. Wir haben einen Sheriff. Den kennt jeder. Und die anderen Rollen sind unbekannt. Es gibt Outlaws und es gibt Banditen. Und die Banditen wollen den Sheriff killen. Der Sheriff will die Banditen und den Outlaw killen. Und der Outlaw will die Banditen und den Sheriff killen. Im Prinzip wollen alle Fraktionen die jeweils anderen Fraktionen umbringen. Gibt's nicht auch noch Hilfssherife oder sowas? Genau, einen Hilfssheriff gibt's auch noch. Der will den Sheriff unterstützen. Da muss der Sheriff überleben. Der gewinnt mit dem Sheriff. Genau. Und, ähm, ja, das Ganze wird halt mit Karten gespielt, anstatt mit Würfeln. Und, ähm, dann gibt's halt unterschiedliche Waffen, die man benutzen kann. Jeder Charakter hat erstmal auch eine Spezialfähigkeit, ähm, was diesen Charakter so ein bisschen herausragend macht. Und, ähm, dann kann man, ähm, ja, schießt man im Prinzip um sich, ähm, kann Angriffe abwehren und, ähm, versucht so seine eigene Agenda durchzudrücken. Was mir gut gefallen hat, ist, dass man so ein bisschen vorausplanen kann, anders als beim Würfelspiel, weil man hat halt eine Hand, äh, Handkarten. Und man kann sagen, okay, ich bereite jetzt meinen nächsten Zug vielleicht ein bisschen vor, das und das behalte ich noch auf der Hand, das und das spiele ich aus. Ähm, man hat ein bisschen mehr Kontrolle. Es ist aber auch dadurch, dass man halt Karten zieht, immer noch random. Und, ähm, trotzdem hab ich das Gefühl gehabt, ein bisschen mehr steuern zu können, wohin die Reise so geht. Ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, dass diese Karten auch eine gewisse Einstiegshürde darstellen, weil man über einigen Karten jetzt berütet und sagt, ähm, was macht die eigentlich? Das ist, äh, in den späteren Runden, wenn man das schon ein paar Mal gespielt hat, ist das kein Problem. glaub ich, aber am Anfang macht's den Einstieg nicht unbedingt einfacher. Obendrein find ich, so cool die Verpackung auch ist, das Spiel kommt in einer riesigen Patronenhülse, so unglaublich umständlich ist die auch, glaub ich, zu verstauen. Also, man kann sie quasi nur aufs Regal stellen und nichts anderes damit tun. Und das ist so ein bisschen, äh, ja, cool, aber irgendwie auch nicht. Ja, genau. Und die ist halt tatsächlich eine sehr unpraktische Sonderverpackung. Ähm, ja. Und man muss halt sehr viel Karten sortieren und mischen am Ende, das Setup dauert ein bisschen länger. Das geht beim Würfelspiel alles ein bisschen flotter. Einfach, weil die Zahl der Komponenten auch deutlich geringer ist. Dafür ist es halt auch zufälliger. Man weiß halt nicht genau, was der nächste Zug so mitbringt. Und welches gefällt dir jetzt besser? Äh, ich find, das sind zwei sehr unterschiedliche Spiele. Und wir machen beide Spaß. Sie sind beide sehr thematisch, das find ich cool. Und, ähm, ich spiel beide sehr, sehr gerne. Ich weiß nicht, ob ich das Kartenspiel jetzt auch unbedingt haben muss. Eins von beidem hätt ich auf jeden Fall gerne. Und das Würfelspiel hatte ich jetzt halt schon. Und ich glaube, dabei bleibt's erstmal. Vielleicht kommt irgendwann das Kartenspiel mal dazu. Aber im Moment brauch ich's grad nicht. Aber es macht auf jeden Fall Spaß. Und ich würd's auch gerne wieder mitspielen. Es ist witzig. Es ist kein abendfüllendes Spiel. Und, ja. Einfach ein kleines Social-Deduction-Spiel, das, äh, ich glaube, allerdings auch unfair sein kann. Weil ich glaube, es kann passieren, dass man bei diesem Spiel ausscheidet, ohne zum Zug gekommen zu sein. Okay, ja, das nervt natürlich. Aber wie lange dauert denn eine Partie? Muss man da eine halbe Stunde zugucken? Nein, oder? Ähm, eigentlich nicht. Eigentlich eher Viertel, äh, ja, Viertelstunde vielleicht. Zwanzig Minuten. Kann, je nachdem, mit wie vielen Leuten man spielt. Es spielt halt auch etwas größere Gruppen. Und dann kann eine Partie natürlich auch durchaus mal eine halbe Stunde dauern. Also, aufgrund meiner grandiosen Nachfrage hast du vielleicht schon gemerkt, dass ich das noch nicht gespielt hab. Und das andere auch nicht. Also, das Würfelspiel auch noch nicht. Ich finde, von dem Würfelspiel hört man öfter mal was. Und ich vergesse das dann immer wieder. Weil, also, ich bin nicht der Ober-Social-Deduction-Fan tatsächlich. Ich spiel manche Sachen gerne mit. Ich find auch schön, dass gerade so eine kleine Welle an neuen, guten Titeln da war mit Feetal Quaken und so weiter. Also, das ist da der Marktfilter nicht auf. Und es zieht ja auch wahnsinnig viele Spieler. Und ich frag mich, ob das hier gerade irgendwie aufgrund dessen so ein bisschen Vergessenheit geraten ist. Oder woran liegt das? Also, man hört ja eher von anderen. Auch klassisch Wehrwölfe hörst du immer wieder, leider. In Anführungszeichen. Ja, ja. Wir reden, wir wollten doch von Spielen reden. Nicht von Aktivitäten. Das Thema. Ich weiß es nicht. Persönlich, vielleicht ist es auch einfach, weil das Thema hierzulande vielleicht nicht so einschlägt wie in den USA mit dem Wilden Westen. Weiß ich nicht. Ich find, es eignet sich hervorragend für so ziemlich alle Altersgruppen. Ja, man schießt aufeinander. Das muss man in Kauf nehmen. Das müssen halt Eltern entscheiden, entscheiden, ob sie das ihren Kindern zumuten wollen. Ob das aber ... Eigentlich funktioniert das auch mit Kindern gut. Sie sollten lesen können. Aber auch das ist eigentlich nur bedingt erforderlich. Wobei beim Kartenspiel auf jeden Fall erforderlich, beim Würfelspiel nur bedingt. Hast du schon gespielt, Vera? Nee, beide nicht. Wir haben auch relativ wenig Social-Deduction-Spiele hier. Ich spiel die immer gerne mit. Aber bin jetzt auch nicht so der Riesenfan. Also Fiete Kraken find ich schon gut. Das macht immer Spaß eigentlich. Aber ich kannte das jetzt bisher nicht. Wobei ich mir so Bilder angeguckt hab und dachte so, ja, hab ich schon mal gesehen. Aber bin ich da wahrscheinlich irgendwie im Laden oder so immer mal wieder vorbeigelaufen und hab's halt einfach visuell irgendwie mitbekommen. Also das Würfelspiel ist auch nicht sonderbar teuer. Sollen wir es jetzt kaufen oder was heißt das? Nein, aber damit macht man eigentlich nie groß was verkehrt. Das ist so ein Allround-Spiel, find ich. Das passt einfach schön in so ziemlich jede Spielesammlung irgendwo. Es klingt für mich auch wieder sehr nach, die Runde muss stimmen. Ja. Also wir hatten das ja ... Wie hieß das? Die Social-Deduction-Spiele, was wir mal bei unserem Podcast-Wochenende gespielt haben, wo wir jetzt diese Karten und Schatzkarten hatten und Schätze. Dies war auch so ein kleines ... Ähm, der Tempel des Schreckens. Genau, Tempel des Schreckens meine ich, genau. Ach so. Hab ich wahrscheinlich jetzt super erklärt, weil jeder wusste, was ich meine. Das war ja auch so, wo gesagt wurde, ja, das macht super viel Spaß, wo es ja auch mehrere Leute gesagt haben, dass sie das gut finden. Und dann haben wir das gespielt. Und bei uns in der Gruppe hat's ja nicht so gut funktioniert. Ich möchte mal sagen, es war nicht die sehr lustige Runde, ja. Es gab kein 20 Minuten langes Stand-off, weil gewisse Leute nicht entscheiden konnten, wen sie jetzt umbringen. Ja, so stell ich mir aber halt auch Bang vor. So mit der richtigen Gruppe kann das bestimmt gut sein. Ich weiß nur nicht, ob ich die richtigen Leute dafür kenne, ehrlicherweise. Man macht meiner Meinung nach mit keinem der beiden Spiele was verkehrt. Das mag sein, aber auch ich muss deiner These ein bisschen widersprechen. Das kann man in jedes Regal stellen. Ich wiederhole meine These vom Anfang. Auch meine kleinen Regale sind irgendwann voll, leider. Und mir so eine große Kugel hier irgendwo reinzustellen, habe ich auch keinen Bock drauf. Und ich freue mich, wenn du es hast. Und ich glaube, es gibt genug Leute, wo ich es mal mitspielen kann. Gerade Social-Deduction-Spiele werden ja immer gerne in großen Runden mal mitgebracht. Das wird schon noch mal passieren. Und wenn es dann so gut ist, dann kaufe ich es natürlich doch. Ich bring's bei der nächsten Gelegenheit mal mit. Sehr gut. Bang. Apropos mitbringen. Ich habe keine Überleitung, die damit funktioniert. Mein nächstes Spiel ist in einer noch kleineren Schachtel als das erste von mir genannte. Es ist auch eine absolute Berlin-Con-Neuheit. Oder was heißt auch, es ist eine absolute Berlin-Con-Neuheit von Stroman Games. Ich möchte über Windjammern reden. Kennt ihr das? Oh, ich kriege die Überleitung doch hin. Es hatte mal ein Western-Thema. Es hieß nämlich mal Texas Showdown. Oh. Jo. Jaha. Apropos Texas Showdown. Ich schneide alles hier voraus. Nein, mache ich nicht. Also genau, Windjammern hat, es wurde jetzt, Texas Showdown wurde neu aufgelegt als Windjammern in Deutschland bei Stroman. Es ist ein kleines Stichkartenspiel, bei dem wir versuchen, möglichst wenig Stiche zu bekommen. Es geht von drei bis sechs Spielern innen. Ja, Autor steht nicht mal auf der Box, was ich tatsächlich ganz spannend finde. Es ist von Marc Major oder Marc Major. Weiß man nicht. Ich weiß es nicht. Und was machen wir? Genau, wir versuchen eben, keine Stiche zu kriegen. Es gibt verschiedene Farben, die Zahlenwerte haben. Ich glaube, Gelb, nee, schon gar nicht. Es gibt eine Farbe, die ist der niedrigste, die geht quasi bei Null los und hört dann irgendwann oben, hört es dann in einer anderen Farbe bei um die 70 irgendwas auf. Die Karten haben an ihrer Seite so kleine Wimpel und das gibt an, wie oft es diese Farbe im Deck gibt, denn die Verteilung ist nicht identisch. Und zusätzlich ist ein Wimpel auch noch markiert, der gibt mir an, wie hoch der Wert meiner Karte in der eigenen Farbe ist. Also zum Beispiel gibt es, glaube ich, nur drei rote oder fünf rote Karten und die 75 ist, glaube ich, die höchste. Da sind dann fünf Wimpel drauf und die 75 ist der höchste, also ist der oberste Wimpel nochmal markiert. So kann ich auf meinen Handkarten relativ schnell ablesen, wo bewege ich mich denn mit meinen Handkarten, weil ich natürlich nicht die Zahlenwerte von 0 bis 75 perfekt einordnen kann und nicht auch noch weiß, welche Farbe das vielleicht ist und wo das dann sich da bewegt. Man muss dazu sagen, innerhalb einer Farbe sind die Zahlen alle zusammenhängend. Also ich habe nicht eine 75, eine 12 und eine 30 in einer Farbe. Das Spiel funktioniert dann folgendermaßen, der Spieler, der rauskommt, setzt quasi, also es gibt ganz klassisch eine Bedienpflicht, ja, wenn ich bedienen kann, muss ich bedienen, der den höchsten Sticht oder die höchsten Werte da drin hat, der gewinnt. Wenn ich nicht bedienen kann, darf ich was Beliebiges spielen. Jetzt kommt aber der erste Clou, dann liegen da ja schon zwei Karten. Wenn die zweite Spieler nicht bedienen kann, dann muss ich eine von diesen Karten bedienen. Also ich muss immer irgendwas bedienen, was da drin liegt. So, dann gewinnt aber natürlich nicht mehr der höchste, sondern dann guckt man, von welcher Farbe sind denn am meisten Karten drin und dann gewinnt in der Farbe der höchste, die höchste Karte. Und das führt zu ganz lustigen Mechanismen, denn man spielt zum Beispiel zu sechst, dann liegen zwei graue, dann legt der nächste eine rote, dann legt der nächste noch eine rote, dann legt der nächste wieder eine graue, damit würde momentan wieder grau führen und dann legt zum Schluss wieder einer eine rote und dann gewinnt dann doch, oder verliert in dem Fall derjenige, der den höchste rote Karten da drin liegen hat. Und das heißt, man ist sich bis zum Ende nicht ganz sicher. Man versucht so ein bisschen mitzuzählen, welche Farbe ist schon raus, wer hat schon mal nicht bedient, wo sitzt dieser Spieler oder diese Spielerin, dass ich weiß, wenn ich das jetzt anspiele, dann geht meine Farbe halt durch und man versucht, seine hohen Karten rauszuspielen und nicht zu machen. Und das ist für jemanden, der Stichspiele liebt, der klassisch aus dem Doppelkopf-Skat, was auch immer es da gibt, kommt und das früher gespielt hat, der fühlt sich hier sofort wohl. Ich habe tatsächlich, seitdem ich wieder Brettspiele spiele, kein Spiel, was ein Stichspiel ist, gespielt, was mich so abholt, was genau dieses Gefühl befriedigt und diese Art zu denken und dieses Runterspielen. Also das hat die Crew nicht geschafft, das haben andere nicht geschafft und hier denke ich, das ist so gut, das kannst du, das macht so genau dieses Gefühl, aber es macht es genug anders, dass es neugierig ist, dass ich Lust habe rausfinden, wie spiele ich das eigentlich? Und es geht in verschiedenen Spieleanzahlen, das Spiel passt sich da ein bisschen an, man nimmt Karten raus oder macht Karten eben rein und dadurch ändert sich aber auch die Spielmechanik wieder ein bisschen, der Spielfluss, also das Riesenproblem, was eben Skat und Doppelkopf und so haben, die sind in einer festen SpielerInnenanzahl zu spielen, sonst sind die Kacke. Ja, also wer schon mal Doppelkopf mit einer Oma gespielt hat, das brauchst du nicht machen, das ist halt dann wieder eine Unterhaltung, eine Beschäftigung, aber kein Doppelkopf spielen. Und das macht das Spiel hier super und es macht eben auch, was ich gerade schon gesagt habe, ich überhole mich ja gerne, das macht das halt gut, das hat einfach, könnte ich stundenlang gerade hoch und runter spielen, es geht halt leider erst ab drei SpielerInnen. Ich wollte gerade fragen, ob du das zu zweit gespielt hast, aber dann hat sich das ja jetzt schon ein bisschen erledigt. Eigentlich klingt das echt interessant, also ich mag ja Stichspiele, also wir spielen ja auch immer mal wieder zu zweit Stichspiele. Ich sag mal so, man macht da nichts mit Falsch sollte, hat den Platz in jedem Regal. Darum komme ich mir jedes Mal, wenn du im Moment den Mund aufmachst, total verarscht vor. Er hat doch nur einen sehr reisen Mann zitiert. Es sieht auf jeden Fall echt interessant aus, also so vom Grundsatz her. Also ich finde, das ist wirklich das perfekte Einstiegs-Absackerspiel, wie auch immer. Also beziehungsweise das ist immer wieder so ein Titel, bei dem ich auch kein Problem hätte, wenn ich den ganzen Abend da drin versacke. Da geht es mir bei vielen Absacker- oder Einstiegsspielen eben anders und hier, da fühlt es glaube ich, ach komm, noch eine Runde. Ach komm, machen wir noch eine Runde. So, es ist wieder so eine Punktejagd, das Spiel endet, wenn ein Spieler, eine Spielerin insgesamt 15 Stiche bekommen hat und dann zählt man einfach, wer am meisten Minuspunkte hatte. Und das heißt aber, man kann ja immer, okay, eine Partie spielen wir noch auf jeden Fall durch. Das heißt, du hast jetzt 10 Stiche, der hat 12, ich auch 10, dann musst du jetzt einfach mehr kriegen als ich und dann passt das wieder und so. Also dieses, ja, großartig, gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, es klingt so vom Gefühl her nach so einem klassischen Kneipenspiel. Voll, genau. Also es ist, es spricht, glaube ich, im Kern genau diese Leute an, die dieses klassische Stichkartenspiel wirklich lieben oder verinnerlicht haben. Davon gibt es, glaube ich, in Deutschland sehr, sehr, sehr viele, die in der Kindheit mit Schwimmen aufgewachsen sind, dann weitergegangen sind in Skat, Doppelkopf. Keine Ahnung, Klapperjahrs gibt es noch, wie heißt das in Bayern? Ja, das andere. Ja, Lavinia ist halt nicht da, ne? Genau, Lavinia reicht das nach. Für alle diese Menschen oder auch einfach Leute, die jetzt die Crew gerne mochten, weil sie diese Art zu denken mögen, die sollten sich das alle unbedingt angucken. Ja, cool. Und es ist ja, wie gesagt, es ist ein altes Spiel, was neu aufgelegt wurde. Auch das spricht ja schon dafür, dass da scheinbar die Nachfrage da ist. Ich finde es schade, dass du mich damit so angefixt hast. Gern geschehen. Es ist ein wirklich kleines Spiel, es kostet nicht die Welt. Ich habe es gesehen hier, zumindest bei Strohmann ist es für UVP 12,90 angegeben. Was? Da war der Messepreis aber besser. Ja, gut, Messepreise. Warten wir mal bis Essen ab, dann gibt es das bestimmt auch wieder günstiger. Also ich glaube, nach der Partie, die wir gespielt haben, haben sich noch einige geholt. Auch. Und das nochmal. Nicht nur meine Begeisterung, da gewesen auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Ja, ihr habt es wahrscheinlich noch nicht gespielt, ne? Nein. Nee. Bei mir gab es nur Katzenjammern. Was? Nicht Windjammern. Wortwitz. Nice. Schlechter. Aber. Ich glaube aber auch hier, dass das Wind-Jammern auch absichtlich als Wortwitz geschrieben ist. Möglich. Ich glaube schon. Man jammert andauernd in diesem Spiel, weil man dann diesen Stich nämlich doch noch bekommt, obwohl man ihn nicht haben wollte oder ähnliches. Man kann nämlich, was ich vorhin schon erzählt habe, wirklich Leute schön reinreiten. Manchmal ist man auch so ein bisschen der, das Zünglein an der Waage. Also es kann ja wirklich sein, wenn ich als Letzter in der Reihe bin und es ist noch nicht klar, wer diesen Stich bekommt und ich ja die Chance habe, beide Karten zu bedienen, dann kann ich ja wirklich in dem Moment sagen, nee, ich glaube, das kriegt jetzt dieser Spieler oder diese Spielerin und das ist auch geil. Ja. Vera, hast du noch was? Nö. Nö. Dennis, hast du noch was? Dennis. Nö. Wunschlos glücklich. Peter, hast du noch was? Ja. Ich könnte noch über was, ja, ich könnte noch. Soll ich noch? Ja, bitte. Hau raus. Ich hatte zwei Spiele, über die ich noch was erzählen könnte, aber vielleicht suchen wir uns jetzt eins aus. Ich hatte entweder ein Geschicklichkeitsspiel, was eben auch für mindestens acht Leute funktioniert, was also quasi Challengers Konkurrenz macht, oder ein kleines Flip and Ride and Shoes and Puzzle-Tetra-iges Spiel, was noch rauskommen wird. Ich glaube, mit Flip and Ride hattest du, Vera, schon. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, also meine Stimme ist vergeben, ich kann es aber auch gerne über beides reden, weil ich glaube, das ist das Erste. Solange du über das Flip and Ride and Puzzle redest, ist Vera dabei. Okay, Vera, dann schau dir mal aus dem Top-Verlag Verplant und Zugestellt an. Das ist ein, wie ich schon gerade beschrieben, ein, wir haben einen Plan vor uns, wir haben einen tatsächlich, fangen wir weiter an, wir haben ein Aufgabenbuch, in dem verschiedene Quests sind, die wir machen können. Und die Aufgabe ist aber im Endeffekt, dass wir alle einen Raum haben. Wir sind, glaube ich, Innenarchitekt inne und müssen diesen Auftrag erfüllen. Das heißt, wir haben quasi ein Cottage oder es gibt, glaube ich, ein Kreuzfahrtschiff oder ähnliches. Diesen Raum zeichnen wir uns erstmal leer ein, also nur die Außenfassade auf einem Blatt Papier. Die sind natürlich dabei. Dann gibt es eben Anzahl von Räumen, eins, zwei, drei, vier vielleicht. Und da liegen Karten zu aus, die wissen wir schon. Wir wissen, dass zum Beispiel große Pflanzen da rein müssen und noch ein Bett und eine Toilette und irgendwas. Es gibt aber natürlich jede große Pflanze, jedes Bett, jede Toilette, öfter in verschiedenen Ausführungen. Das heißt, wir wissen nicht genau, welche da kommen. Der aktive Spieler, die aktive Spielerin, wählt sich dann eine Karte aus, dreht die um und da sind dann Symbole drauf für ein Klo, wie das eben auszusehen hat, welche Form das einnimmt und bestimmt dann, welche wir davon alle einzeichnen müssen, jeder in sein eigenes Blatt. Und das machen wir, solange bis dieser erste Raum komplett fertig ist, dann müssen wir eine Wand einzeichnen, müssen noch eine Tür natürlich machen zu einem zentralen Flur, den es auch noch nicht gibt, den wir einzeichnen müssen und das machen wir dann für alle Räume. Und am Ende des Spiels hat jeder sein eigenes individuelles Gedenks eingerichtet, je nachdem, was wir heute spielen. Ich glaube, in diesem Einführungsspiel macht man so einen Winter Cottage, da kommen dann Saunas rein und so weiter und so fort. Ganz lustig. Und die Kunst ist es, jedes Möbel braucht natürlich auch Freiflächen. Also sprich, du kannst nicht einen Tisch mit dem Kühlschrank vollbauen, weil dann kommst du nicht mal an den Tisch. Du kannst aber natürlich Freiflächen auch doppelt vergeben. Also die Freifläche vom Sofa kann natürlich auch die Freifläche vom Tisch sein. Wenn du vielleicht mit dem Sofa am Tisch sitzen würdest, ist das ja auch total logisch. Man schafft es aber auch gegen Ende des Spiels eben nicht mehr gut, alle Gegenstände noch ordentlich reinzupuzzeln. Außer man kann das Spiel wahrscheinlich super gut, was mir nicht gelungen ist. Warte, zum Sieg hat es gereicht. Und so machen wir einfach unsere Räume fertig und zählen zum Schluss relativ simpel ab, wer hat die meisten Flächen verbraucht. Und der gewinnt. Andersrum, man kriegt einfach Minuspunkte für Freiflächen, die man noch hat. Ja. Und das ist während des Spiels, zieht es sich ganz schön, weil man natürlich irgendwie, wir waren zu dritt, da müsste sich jeder diese Karten angucken. Wie rum kann ich das jetzt einzeichnen? Ich kann das ja drehen. Dann darf man das mit dem Joker einmal spiegeln. Und dann sitzt man da schon über Kopf und denkt, ist das so eine komische Form? Das sind halt nicht die klassischen Tetris-Formen, sondern es sind auch mal ein paar andere dazwischen. Oder auch was mit einer Freifläche dazwischen, wie beim Tisch oder so. Und dann dreht man sich das hin. Das dauert so ein bisschen. Man grübelt so ein bisschen vor sich hin. Aber es ist wie immer dieses wahnsinnig befriedelige Gefühl. Guck mal, was ich hier für ein schönes Haus gebaut habe. Dann kommst du bei mir, konnte man irgendwie, da kam man nicht rein. Das dachte ich erst. Man hatte eine richtig krasse Sofa-Landschaft, Sauna-Landschaft. Dann gab es daneben so zwei Chaisalons. Also ich hatte mir da schon so einen richtig schönen Sauna-Club. Da kann sich jetzt jeder darunter vorstellen, was er möchte, vorgestellt. In der nächsten Ecke gab es dann aber ganz am anderen Ende, dieses, hatte ich so einen langen Flur gebaut. Da war dann irgendwie eine Badewanne drin, weil ich das irgendwie dumm gebaut hatte. Das passte dann einfach perfekt. Und du stellst dir, also ich habe wirklich gemerkt, wie da ein Charakter einzieht. Oder was für Leute bewohnen mein dämliches Haus, was ich da gerade gebaut habe. Und das finde ich total geil. Und das ist so befriedigend, dass man sofort Lust hat, okay, ich will das normal machen. Lass uns normal spielen. Ich will jetzt neue Leute erschaffen, die in diesem Haus wohnen. Und das ist krass. Also man muss als Manko wieder halbwegs vernünftig zeichnen können, damit es geil aussieht, weil du ja wirklich sehr filigran machst. Du machst dann vielleicht mal ein Waschbecken da rein und so einen Blödsinn und so. Da kannst du auch ein bisschen drauf scheißen. Aber es sieht natürlich immer schöner aus, wenn man das so liebevoll macht. Und dann, ja, also es ist wirklich ein ganz anderer Ansatz, den ich nicht kenne, dass man so ein Haus einrichtet und auch wirklich mit vielen, vielen Sachen. Und dann guckst du da rauf und denkst, ja, geil. Und ist nicht schlimm. Und das kommt jetzt noch raus. Vera, konnte ich dich ein bisschen heiß drauf machen. Ja, wann kommt das? Weiß ich nicht. Man kann es vorbestellen auf der Seite. Ja, also auf jeden Fall. Damit hast du mich. Also ich spiele ja auch hier immer Sims 4. Und da dann die Häuser einzurichten, da verbringe ich auch gut Zeit drin. Und jetzt habe ich ja quasi ein Flip-and-Ride-Puzzle-Gedöns, was auch in eine Einrichtung ist. Das sind keine abwischbaren Pläne, Johannes, falls du uns jetzt zuhörst. Es ist auch einfach so gespielbar, habe ich gefragt, weil es ändert eigentlich nichts. So Pucks machst du eine Highscore-Jagd. Also es ist alles. Okay. Wobei BGG sagt zwei bis sechs Spiele. Ja, aber dann machst du halt. Es ist egal. Die Konkurrenz, es gibt keine Konkurrenz zwischen uns, weißt du? Ihr seid quasi meine Highscore-Jagd in dem Moment. Es gibt, wie gesagt, so ein Regenbuch, wo dann verschiedene Räume drin sind, damit man einfach Varianz hat, dass man mal was anderes spielen kann. Und es wird, glaube ich, immer komplizierter wie immer natürlich. Es wird nicht einfacher werden. Warte mal. Ja. Ich habe da richtig Bock drauf. Ja, ne? Während ich drüber geredet habe, dachte ich auch wieder, oh, würde ich gerne gleich nochmal spielen. In meinem Kopf fängt Vera nach dem Podcast erst mal direkt an die Möbel umzuräumen. Ja. Ja. Da reiße ich die Regale von der Wand. Los geht's. Ich fand, also, ich war auch darum, das nochmal zu erwähnen, ich fand im Moment des Spielens ist schon manchmal nervig, dass man, dass man diese Karten ein bisschen rumreichen muss, aber es ist eigentlich auch nicht schlimm, weil man überlegt sich, wie oft in so Puzzle-Spielen fängt man dann doch irgendwann schon mal an, während man auch noch wartet, zu überlegen, da könnte noch was hinpassen. Hier habe ich viel Platz. Ah, hier muss ich darauf achten, dass der Flur noch weitergeht. Also, man ist selber irgendwann in diesem Mindset drin, dass man sich sehr mit seinem Spielplan beschäftigt und da um die Downtime verschwindet. Was ich halt wirklich, wirklich toll fand, auch da wiederhole ich mich nochmal, ist wirklich, dass ich so anfange, mir diese Geschichten auszudenken, warum baue ich das denn da an. Das geht mir aber so. Ich weiß nicht, ob das jedem SpielerInnen so geht, aber ich bin dann sehr, dass ich mir überlegt, erlustig, dann hat man hier diese Sauna-Ecke, die ist die eine für die Frauen, die andere für die Männer, außer die kommen da irgendwie als großes Pärchentruppe, keine Ahnung, Polyamor, was weiß ich, dann dürfen die da rein, wie sie wollen. Keine Ahnung. Da kann man sich einfach lustige Geschichten ausdenken. Warum sind da zwei Klos nebeneinander? Wieso ist da keine Wand dazwischen? Was hat das da hinten? Also, naja. Ihr wisst schon. Ich glaube, ich habe da sehr viel Spaß mit. Ja, nicht mit den zwei Klos nebeneinander, hoffe ich, aber ... Nee. Das ist ... Nee, nee. Mit dem Spiel. Ich kann gerade gar nichts sagen. Ich bin gerade die ganze Zeit irgendwie hier so am Gucken, wo kann man das vorbestellen? Was ist das? Wann kommt das? Was? Ich brauche das. Nee. Schön. top-kreativ.de So, noch eine richtige Serviceleistung. Vorbestellen. Dieser Artikel erscheint am 9. August 2023. Okay. Ja. Viel Spaß damit. Dankeschön. So, Dennis. Das nächste Spiel, was ich da jetzt auch noch hier habe, das kann man, glaube ich, nicht mehr vorbestellen. Das war ein Kickstarter, den man, glaube ich, weiß nicht, ob man den überhaupt noch bekommt. Ich habe ihn auf dem Berlin-Korn-Flohmarkt mitgenommen. Es war eine hellpinke Box. Wie gesagt, grelle Farben stechen ins Auge, musste ich mir sofort angucken, weil kannte ich einfach auch nicht. Und es war ein Geschicklichkeitsspiel für sehr, sehr viele Leute. Ich dachte, perfekt, das nehme ich so oder so jetzt mit. Das hat wirklich nicht viel gekostet und wir spielen das einfach heute Abend direkt. Das ist Tabletop Golf Mars Open. Und zwar ist es also ein Schnipsspiel, was ein Golfspiel auf dem Mars simuliert. Man hat einfach nur viele dämliche Hindernisteile, die man sich auf den Tisch stellt. Die Spielschachtel wird das Loch und dann gibt es, eigentlich besteht diese Anleitung nur aus Kursvorschlägen, wie man da seine Kurse bauen soll, mit welchen Abständen, welche Hindernisse, wo die hinkommen. Man spielt später vom Tisch zu Tisch und so weiter. Vielmehr muss ich dazu gar nicht sagen. Man schnipst vor sich hin und es ist lustig. Also mir gefällt sowas sehr. Wir sind da mit acht Leuten um diesen Tisch gerannt und haben uns über tolle, ich sag mal, Stöße gefreut oder eben schlechte gelacht. Super lustig. Wie immer, jemand liegt genau vom Loch und fliegt dreimal hin und her und runter und vom Tisch und doch nicht. Und da jemand macht ein Hole in One in so einem unmöglichen Schnipsstoß. Geil. Also für genau diese, wenn man so eine Challengers-Atmosphäre hat und noch weniger will. Also gar nicht mitdenken, sondern einfach wirklich nur, es ist mehr Sport als Brettspiel, Ja, fand ich, für den Abend war es absolut genau das Richtige. Tabletop Golf Mars Open. Ich glaube, das muss man auch mit so einer Sportmoderatorenstimme eigentlich sagen. Ja, kennt ihr auch, ne? Nope. Spiel ich auf der Arbeit immer. Genau, da wäre es perfekt wahrscheinlich. Es sind, glaube ich, zehn Bälle drin oder so. Da kannst du immer zehn Abschläge üben und dann musst du halt scheinlich dir die wiederholen. Und Bälle sind hier insofern so seltsam gefaltete Pappen, die, ich habe keine Ahnung, wie man die beschreiben soll, das müsst ihr euch mal angucken, aber im Grunde liegen die immer so ein bisschen schräg auf den Tisch und dadurch kann man da so untergelangen und da runter schnipsen. Und die fliegen dann doch okay weit. Sieht sehr albern aus. Genau. Aber das Material ist halt riesig, ne? Also so ein Hindernis ist schon seine 15 Zentimeter hoch. Das ist nicht so ein kleines Viertelding, sondern das hat dann auch Hand und Fuß. Also man kann es noch spät in der Nacht nach einer anstrengenden Berlin-Con spielen. Ja, das war's jetzt. Sehr cool. Du wirst mich wieder um 24,99 Uhr ärmer machen. Ich hoffe, euch hat's genauso viel Spaß gemacht wie uns oder hoffentlich sogar noch mehr. Und ich hoffe, ihr hört gerne auch mal wieder rein. Wenn ihr über bestimmte Spiele mal einfach reden wollt oder so, lasst es uns wissen. Macht doch einen Podcast. Oder das. Oder lasst es uns wissen. Ja, und ansonsten freuen wir uns aufs nächste Mal. Vielen Dank, Peter. Vielen Dank, Vera. Und ja, war schön wieder mit euch. Danke, Dennis. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du den Brettspiel-News-Podcast gehört hast. Folg uns gern auf Facebook, Instagram und oder Twitter. Wenn du dich mit anderen Spielebegeisterten austauschen möchtest, schau auch auf unserem Discord-Server vorbei. Wir würden uns natürlich auch sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcast und Spotify freuen und auch gerne auf Feedback bezüglich unserer Folgen und oder Wünsche. was Gästinnen und Gäste angeht. die knallstie, Ja, da,